Hallo zusammen! Endlich ist es soweit und heute machen wir das Unboxing von Haak Thion, dem neuen Stuhl aus Norwegen. Er wurde designt für Architekten, vielleicht sogar von Architekten. Er sieht auf jeden Fall sehr retro, sehr schlicht, sehr einfach aus und das ist das erste Mal, dass ich das Teil live sehe. Anschliessend wird er dann hier in meinen kleinen Showroom reingestellt und kann Probe gesessen werden. Also, let's get to it! Einmal die Rücklehne. Armlehne links oder rechts. Sitzfläche und Installationsguide. Schrauben. Zur Befestigung. Fusskreuz. Und natürlich die Gasfeder. Und auch ganz wichtig, dieser Zettel, der sollte eigentlich auch auf der Sitzfläche unten aufkleben, wie bei allen Haakstühlen, wenn mal ein Garantiethema ist, dass man genau herausfinden kann, in welchem Stuhl, welche Serie und Produktionsdatum es sich genau handelt. Dann bauen wir das Teil zusammen. Der Zettel und der Zettel und der Zettel. Sitzfläche und dieふ比kern, der Zettel ist für ein, was man mit ihrem So, das wär's. Ich finde den Stuhl erstaunlich bequem für das, was er so minimalistisch ist. Also viel einzustellen gibt es hier wirklich nicht. Wir haben auf der linken Seite hier unten einen Griff, um die Höhe einzustellen und auf der anderen Seite einen Griff, um den Stuhl bei der Neigung zu blockieren. Wenn ich den nach unten ziehe, dann ist er fix und ansonsten ist er frei. Ich finde ihn wirklich sehr cool, bewegt sich einfach, sehr kleines Fusskreuz für den Ort, wo wenig Platz ist, vielleicht sogar fürs Homeoffice, wo man nicht stundenlang arbeitend oder vielleicht auch Leute, die auf solchen Stühlen stundenlang arbeiten können. Ich finde ihn wirklich toll. Die Rückenlehne, obwohl sie aus Stahl ist, fühlt sie sich super ins hohle Kreuz ein. Ich habe einen guten Support. Die Arme sind tatsächlich etwas hart, muss ich sagen. Aber ich finde, das stört nicht weiter. Man muss sich vielleicht ein bisschen daran gewöhnen, dass man nicht gleich mit den Knochen auf die Kanten kommt. Aber sonst gefällt mir der Stuhl sehr, sehr gut. Es sitzt sich sehr bequem und auch das Polster finde ich toll. Es gibt den Stuhl ja in drei Ausführungen. Es gibt ihn ohne Polster, sowohl auf Sitz als auch Rückenlehne. Das wäre den 2100er Haktion. Der 2140er ist der da mit Sitzflächen bezogen, aber Rücken und gepolstert. Und die dritte Version ist der 2160 Haktion, wo Rückenlehne und Sitzfläche gepolstert ist. Alle Modelle gibt es mit und ohne Armlehne. Es gibt sie in unterschiedlichen Metallfarben und natürlich in ganz verschiedenen Stofffarben und Stoffarten. Metall bezieht sich immer auf das Fußkreuz, Gasfeder und Armstützen sowie dieser Teil hinten. Das ist ja Kunststoff. Ja, ich bin wirklich positiv beeindruckt, über diese einfache Art und Weise einen Stuhl herzustellen. Und dieses Design, das ist wirklich schlicht und einfach, simpel, bequem, trotz seiner Einfachheit und sollte auch niemanden überfordern in der Einstellung. Er hat genau zwei hoch und runter und blockieren, dass er sich nicht bewegt nach hinten und loslassen, dass man Bewegung beim Arbeiten hat. Ja, wenn du wissen möchtest, wie sich das anfühlt, wie man auf dem sitzt, kommt vorbei bei mir in Zug. Oder sonst kannst du auch im Showroom von Flock in der Schweiz in Gladbruck vorbeigehen. Da findest du ebenfalls diesen Stuhl ausgestellt. Ich würde mich freuen, wenn du Fragen hast, schreib sie unten in die Kommentare oder per E-Mail an shop-at-solervo.ca. Danke vielmals, dass du zugeschaut hast. Ein Unboxing vom Huck-Tion 2140.